Ja und herzlich willkommen zu Oh Jan, ich werde die Welt vernichten. Ich starte gleich mit einem neuen Spiel und schaue was uns hier erwartet, denn ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, okay, wir sind hier so ein Volkneudel würde ich es mal nennen. Wir bewegen uns hier durch die Luftschichte. Ziele mit RS, halte RT gedrückt um Gegenstände zu greifen und wegzuziehen. Ziele mit RS, halte um Menschen zu greifen, lasse los um sie heranzuziehen und zu beziehen. Okay. Spannend. Einfach ein paar Menschen fressen. Gehen. Das Ziel ist ein bisschen weird. Gleich gesagt, wir wachsen auf jeden Fall für ein schönes bisschen. Wir sind offensichtlich in einem Lavor oder sowas, hineinquetschen. Das Tor öffnet sich. Gut. Wir haben oben links LT zum drücken, um dieses Geräusch zu machen. Und in jeder Ecke noch etwas anderes. Das heisst, wir werden wahrscheinlich noch mehr Fähigkeiten erlangen. Und Biomasse ausbreiten und speichern. Dann machen wir das doch mal. Was? 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 Okay, warum nicht? Es lebt. Dingen in Forschungsbereichen BSL 4. Grenzgebiet Ödland. Durchbrochene Siegel 100%. Verlorene Proben 50%. Status durchbrochen 75%. Das ist so weird, dieses komische Teil zu steuern. Okay, warum müssen wir denn lang? Wir gehen jetzt da runter. Wegen hoch können wir nicht. Das öffnet das Tor nach unten Okay, aber bevor wir das machen, warte kurz Okay, das geht nicht Und nur kurz was überprüfen Dann ab in die Tiefe Und nehmen wir weiter runter Und wieder hoch Why not? Hinein quitschen Hm Militär Schrottplatz Wir haben jetzt also ein weiteres Level schon erreicht Warnung, unbekannte biologische Bedrohung entdeckt Bleiben Sie wachsam Oh no, wait, da will man wahrscheinlich nicht Hinein oder doch? Geht doch, geht Ich komm, dich zu holen Bis zum nächsten Mal, wir können wir diese Geht ihm das Um, wir kommen die Ich gehe ja hier Ich gehe jetzt Wir werden sowas Wir werden das Wir werden das Wir werden das Okay, wir können hier weiter. Es gibt bestimmt ein Achievement, wenn man alle Glühbirnen zerstört. Und rein da. Okay, da kommen wir nicht durch. Ich möchte bloß den Body essen. Wo ist die andere Person da? Ah, da oben. No! Er ist weg. Die Supple Pau. Aber lecker. Speichern Können wir bloß einmal speichern diesen Orten oder immer wieder Befehl schiessen sie Können wir nicht speichern verliehen wir auch Biomasse Ist das wichtig zu wissen Ist das schlau? Bin ich durch Ist das schlau? Doch Hinein quetschen Neues DNS absorbiert Arachnophobe Arachno Top C Verschiesse ein Netz um dein Opfer zu fesseln oder mit Objekten zu interagieren Uh Nice Okay das ist cool Das ist actually ziemlich cool Okay aber Jetzt sind wir hier Ich will kurz speichern Ich hoffe ich will ihm da nicht noch mehr Biomasse So wir können bloß da durch Okay Das ist der nächste Schalter Deshalb sind hier diese Dinge im Weg Nice Nice Das ist der nächste Schlag Desегда Schweizen Das ist der następst Schweizen Schüt, 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 schüt. Das... Eier nur ein bisschen knapp. Ah, da liegt ja auch noch jemand. Yummy, yummy. Kein Liftschacht. Das Puls können wir interessanterweise nicht zerstören. Ich würde jetzt erst mal weiter nach unten gehen. Schießen sie auf alles, was sich bewegt und kein Mensch zu sein scheint. Ohoho, one dead. Nutze LT um Stockspalten in der Nähe. Per Echolot zu Ur. Unten links ist was. thì zum Anishinais. sprechen und wir breiten unsere sens weiter aus gefahrenmülldeponie ja hier fehlt uns offensichtlich ja noch irgendwas ja da können wir noch nicht lang darunter geht es auch nicht irgendwo war ja noch ein schacht hier hinein quetschen waren wir hier schon links waren wir noch nicht oben geht es nicht lang ok doch da waren wir auch schon dann müssen wir wieder hoch und wahrscheinlich uns da rein quetschen um irgendwas neues zu lernen auch maschinen können sterben dinge in den militärschrottplatz ein status sicher durchbrochen 50 prozent verlorene proben 100 prozent eindämmungseinheit gesperrt und status durchbrechen ich würde einfach mal sagen das war es erstmal hier von der ersten folge von vielen dank fürs zuschauen und wir sind zum nächsten mal wieder wenn es weitergeht mit menschen fressen tschüss